Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenze, ruf die Fanfare zum Wunschhaus-Wattbewerb. Wir beginnen für die Soldaten. Werner Hof, Karuth, Peter Roll, Erwin Achtstetter, Willy Bartholz, Hans Wiegauer, die Fahrschüler und Fahrlehrer der 1. Ersatzkompanie, die Soldaten auf dem Bunker Schnuppi, eine Flugabwehrgruppe um Berlin für ihren Kommandeur, das Waffenkersonal des 1. Zuges einer Jagdstaffel im Bunker zum Streitfahren Uru. Und die Volksdeutschen aus den Dörfern, Kemper Zabadovska, Latoskova, Oborska und Palinitska im Landkreis Barsau. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch. 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 Wir grüßen euch und wir grüßen euch. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch. Wir grüßen euch, wir grüßen euch, wir grüßen euch. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch. Wir grüßen euch, wir grüßen euch, wir grüßen euch. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch. Wir grüßen euch, wir grüßen euch, wir grüßen euch. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch. Wir grüßen euch, wir grüßen euch, wir grüßen euch. Wir grüßen euch, wir grüßen euch, wir grüßen euch. Wir grüßen euch, 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 wir Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Bund.